Hallo, mein Name ist Harald Raffelsberger von REMAX ECO in Gensandorf. Ich präsentiere euch heute ein riesengroßes Haus mit 400 Quadratmeter Wohnfläche, zwei bis drei Wohneinheiten auf einem 1.300 Quadratmeter großen Grundstück. Das Ganze liegt in Gensandorf Süd und wenn ihr Lust und Laune habt, macht jetzt mit mir eine kleine Videoführung durch dieses Objekt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.